Max Feigenwilter gibt uns einen Denkanstoß zum Entschleunigen. Mich immer wieder der Hektik entziehen, langsamer werden, anhalten, ruhig werden, wahrnehmen, was um mich ist, was mich stärkt und bedroht, was mich freut und ärgert, was mich fordert und fördert, annehmen, was ist, mich neu einstellen und ausrichten, mich immer wieder der Hektik entziehen, langsamer werden, anhalten, ruhig werden, wahrnehmen, was in mir ist, dankbar sein für die Bilder, die mir meine Seele schenkt.